Eine kleine Sneak Peek. Heute machen wir einen Adventskalender. Ich weiß, ich bin etwas spät dran für die Leute, die eventuell noch nachmachen wollen. Aber man kann ihn ja theoretisch noch Montag machen. Also, auf geht's. Viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Amen. 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 Et voilà, fertig sind wir. Wir haben nur 19 Stück, aber ich habe auch nur 19 Kinder. Und ja, es geht eigentlich relativ schnell. Man sollte eigentlich fast alle Sachen auch daheim haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder und bis bald. Tschüss.